Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Thomas von World Gameplay, zurück beim Let's Play Werkfeuerwehr Simulator 2014. Wir laden den Autosave. Punkt saf. Los geht's. Ober Feuerwehrmann. Spiel wird geladen, wenn's euch gefällt, Daumen hoch, Abo, freut mich, Checker. So, was geht's los? Lalalalala. Neuschicht beginnt. Tag ihr Nasenbären. Es gibt ja gleich Nasenbären. Ja, Florian 6, ich weiß schon, wie immer. So, tschüss. So, okay. Gehen wir mal wieder in den Sportraum und machen Sport. So, Aufwand. Und hier, Krafttraining. Das ist viel zu laut hier. Geht leiser machen. Jetzt. So, mein Ohr kitzelt. So. Achso, ich brauch die Uhr wieder. Halb neun. Hm. So. Ähm. So. Jetzt, äh, gehen wir ins Bett und schlafen. Wir haben eh nichts zu tun. Haha. Gehen wir ins Bett und schlafen. Machen wir hier Matazin Sport. Matazin Sport mit der Feuerwehr. Wenn's zu heiß wird. Ja, ihr wisst schon, kommt der Schlauch. So, jetzt gehen wir in die Küche. Und klauen ihm sein Essen. Mal gucken, was er diesmal auf dem Teller hat. Und er haut Flammkuchen. Hatte etwa jemand deinen Stuhl angesehen? Hatte ich das jetzt schon aufgegessen? Was für eine Gameshow. So, Kaffee. Mikrowelle. Hallo. Hallo. So. Ich spiel mir ne kleine Runde SCP. Strich 087 B. Gehen wir mal hier ins Büro rein. Hallo. Guten Tag. So. Machen sie mal A. Na, bitte. Äh. Ich dachte, jetzt gehen wir raus. Verrückte. So. Äh. Florian 6. Aufmachen. Einsteigen. Und Diesel tanken. Ne, erstmal Wasser tanken. Und ich bin falsch. Ich muss da lang. Na gut, das Wasser, das reicht noch. Ach, dies leh. Ne, das reicht nicht. Wir tanken. Wir tanken mal schön auf. Schön Wasser rein. Genau. Waschen ist ja waschen da. Fallerieren, faller. Ach, du. Zähne putzen. Komm und benutzen. Wo ist das jetzt? I'm a room here. So, was hat's abstellt? Äh. So. Wasser. Oh, zopfen. Du Sau. E. Und einsteigen. Und weiterfahren. Sonst fahren wir mal hier zur Tankstelle. Und tanken. Äh. Diesel. Florian 6 an Leitstand. Welte Fahrzeug frei auf Punkt. Oder E10. Oh. Super Plus. Oder, was gibt's noch? Bio. Genau. Bio Diesel. Huch. Huch. Gott, oh Gott. Kaum entschleudern. Huch. So, Tankstelle ist da drüben. Hinter der Lok. Hier. Huch. Gott, oh Gott. Ja, jetzt genau. Ja, angenommen. Ich hab's angenommen. Oh Gott. Oh je, bleib ich wieder hängen. Ich seh den Weg von Laderbäumlicht. So, wo ist es denn? Mein Schätzelein. Mal dahinterfahren. Doch blinkt's. Blink, blink, blink. Ich brauch Licht. Ich seh nix. Bin ein Blinder mit dem Glücksstock. Oh Gott. Ja, nicht in die Wand fahren. Auch nicht schlecht. Wie wär's mal? Hallo? Wie wär's mal da vorweg zu fahren? Ah, hier geht's nicht. Hier geht's durch. Wir fahren mal gleich durch. Hier ist Abkürzung. Abkürzungen sind immer gut. Weil Abkürzungen fährt man ja Abkürzung. Dann kommt man nicht mehr abkürzt hin. Ja, so nicht. Jetzt ist nur noch die Frage, wie komm ich da hin? Oh je, meine. Hier ist ne Mauer. Oh bitte. Oh bitte. Oh man, schnell noch. Ich baue die Kosmosken. Huh. Und ich brauche hier. Nein, andere Seite. Scheiße. Andere Seite. Genau. Okay. Ich muss hier rein irgendwie. Geht's noch rein. Achso, da drüben. Genau. Komm schon. Schneller. Schneller. Wo ist das Feuer? Da ist das Feuer. Jawoll. Feuerle. Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Cool. Passt doch. 1700. Ochsefrosch. Und der atmet. Wie so ein, weiß nicht, so ein, so einer, der keine Luft kriegt oder so. Ah ja. Ah ja, stimmt. Ah ja, stimmt. So genau. Oh je, ich hab das vergessen auszuschalten. Egal. So, jetzt nochmal Diesel tanken. Ah ja, das ist Leidau. Moment. Dahinter fahren. Ja, wohin jetzt? Achso, da. Na, was ist denn jetzt? Ja, ist doch. Da, genau. Oh man. So. Okay. Äh. Ja, dann halt so. So. Jetzt aber. Zack. Und tanken. Lalalala. Jetzt los. Hab ich gesagt, das soll das aufmachen? Nein. Hab ich nicht. Oh. Oh, schon 2 Uhr hinter Nacht. Geil. Jawoll. So, machen wir hier wieder hier zu, ne? Genau. Okay. Einsatzbefehl für Florian 6. Uuuuh. Von einer der Metallverarbeitungen kam eine Alarmierung rein. Huch. Hier oder ist Florian 6 an Leitstand, milde Einsatz angenommen. So, fahren wir da hin. Sind wir gleich da. Eine leichte Reifentwicklung wurde gemeldet. Ha. Da, oder? Florian 6 an Leitstand, milde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Der Brand droht außer Kontrolle zu beraten. Die benötige dringend weitere Reifentwicklung. Hat der keinen davor? Verstanden. Schick auf. Oh, doch. Schick auf. Das ging ja schnell. Hey, jetzt habe ich schon wieder den Alarm vergessen auszuschalten. Was ist denn da los heute? Geht. Mann, ey. Ja, boom. Ha. Krach, boom, bang. So. Jetzt aber gehen, fahren wir. Haha. Wohin? Am besten da, wo der Weg ist. Genau. Jetzt schauen wir mal Richtung nach Hause, weil jetzt kommt eh kein mehr, oder? Kein Alarm mehr. Hoffe ich. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Dede, 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 dede. Uh. Alter. Yep. So. Das muss ja jetzt gesagt werden. Sonst macht er das nächste Mal wieder. So. Pam, pam. Äh, wohin? Ah, da hinten. Okay. Alles rotzeli. Alles rotzeli. Den kaputt. Tschö, leh. Uh. Gut, oh Gott. Ja, fahren wir hier. Genau. Hier ist dann alles in Ordnung. Was ist denn da los? Ja, hier. Genau. Ich fahre vor den Umweg. Ich fahre vor den Umweg. Ah, der hat auch da. Es ist denn netter. Ach, doch da. Oh Gott, oh Gott. Bin ja voll den Schmarrn, gerade gefahren. So, jawoll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, normal, ja komm steig aus, ich wusste wie das lange dauert, so, machen wir Schicht, Ende, jawoll, und dann brauche ich noch 650 Punkte, speichern wir, und dann sage ich mal bis zum nächsten Part hier bei Werkfeuerwehr Simulator 2014, bis dann, tschüss.